Wir haben den Wiener Aktionismus vor allem in zwei Bereiche aufgeteilt. Das eine ist das performative und die Malerei aufgreifende und das andere sind die vielen fotografischen Dokumentationen, die existieren und die die einzelnen Aktionen als solche dann zeigen können. Natürlich ist der Wiener Aktionismus eine der aggressivsten Reaktionen auf die Aufarbeitung einerseits der Kriegsgeschehnisse und auf der anderen Seite natürlich auch eine massive Reaktion auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, auf die konservative Umgebung auch in der Kunstszene. Im Unterschied zu allen Strömungen, die vorher in Österreich präsent waren, greift der Wiener Aktionismus ganz speziell das Unbewusste und die Arbeit mit dem Körper die Ausgrenzung der Vernunft auf und daher werden Dinge übernommen wie das Schütten der Farbe, das Rinnen über die Leinwand, das Betreten eigentlich auch der Leinwand, das Ausschweifen des Malens in den Raum und der Übergang eigentlich von einem skulpturalen Denken zum eigenen Körper und der performativen Aktion im Raum. Ein Wiener Aktionismus Untertitelung des ZDF, 2020